Weil drauf sind wir natürlich in Wels beim Caravansalon Austria 2022 habe ich ein großes Vergnügen zum Ende. Leider ist schon wieder vorbei, eine schöne Zeit in Österreich und die schöne Zeit in Wels beendet man mit schönen Autos. Da ist er. Servus, ich gebe dir die Hand. Servus, Tobi. Weil ich hab den Camperbang immer gemacht, das war so ein Markenzeichen. Da haben alle gesagt, Tobi, das macht man nicht. Das macht man nicht. Na ja, gut. Es ist auch nicht für jeden was dabei, aber bei euch ist Neuzun für jeden was dabei. Tatsächlich, ja. Wir sind da in Wels eigentlich schon recht etablierter Aussteller. Wir haben 2017 begonnen in Wels auszustellen und damals nur mit einem Modul, den wir jetzt in der Halle 19 begrüßen können. Genau, ihr habt ja zwei Stände, richtig. Mittlerweile hat sich aber aus Easygoing ein kompletter Fahrzeugbau entwickelt und da in der Halle 21 zahlen wir genau das her. Das heißt, unsere Konzepte auf Neuwagen, beziehungsweise aber auch gebraucht wegen, die die Kunden bringen. Sehr gut, okay. War schon mal die erste Frage gewesen. Chassis-technisch auch so ziemlich alles, was es gibt oder spezielle Sachen lieber? Schon, nein, schon einige. Also bei uns muss man ein bisschen wissen, dass es da um einen Bausatzgedanken geht. Das haben wir für den VW schon fertig, für den PSA beziehungsweise Stellantis-Wenn, also alles was so Citroën. Ja, genau, das kennen wir ja bestens, das Thema. Da deckt man schon recht viel ab, aber jetzt gerade arbeiten wir das Konzept noch auf Ford zum Beispiel um. Wir sperren sich da nicht in eine Marke ein, das macht es uns wirtschaftlich manchmal nicht ganz so leicht. Ja, nein, besser frei bleiben. Aber in der Situation, die wir gerade haben in der Branche, du weißt das ja ein bisschen mit der Verfügbarkeit. Ja, ein bisschen gut. Kann uns das ja einfach auch helfen, immer wieder Arbeit zu haben. Ja, ihr habt auch Flexibilität dadurch. Genau. Ihr kommt auch aus Wels, gell? Richtig. Das ist ein ziemlich lokales Event. Ja, ja. Gestartet haben wir das Ganze in Gunzkirchen etwas ländlicher orientiert. Ja, ich komme relativ gut aus hier. Das sind 15 Kilometer von da. Jetzt sind wir aber da mitten in Wels und haben auch unseren Hauptstandort für Easygoing hier in Wels an der B1 sozusagen. Sehr schön. Ja, ihr seid jetzt etabliert. Ich war jetzt auch in Düsseldorf. Genau. Heuer das erste Mal Hallo zu Deutschland gesagt. Jetzt zum zweiten Mal Hallo. Genau. War eine super Erfahrung, mega cool, super gute Resonanz. Wir haben ja auch einen eigenen YouTube-Kanal, wo wir wöchentlich Unwölfe posten. Verlinke ich nochmal drauf, genau. Und auf das sind wir auch angesprochen worden und ich glaube, wir haben eine gute Energie bekommen aus Deutschland und auch welche hier hingebracht. Nein, ihr seid auch so Typen. Ihr seid gut. Das merkt man einfach, wenn man mit dir schon redet. Wir haben uns vorher nicht kennengelernt. Nein. Das war jetzt vor zehn Minuten. Genau. Und ich gehe am Lübbern zu den Leuten, wo man sich dann wohlfühlt. Und so geht es einem Kunden dann auch. Es muss passen am Ende. Genau. Dieses Zwischenmenschliche ist ein großer Faktor. Kammer. Wenn es was gibt, solltest du was drucken. Ja, genau. Alles auf einer fairen Basis. Und ihr liefert schöne Fahrzeuge. Jetzt bin ich so lange angestanden, ich muss wieder meine bewegten Bilder liefern. Jawohl. Der Roamer. Ja. Von Roamer auf Roam oder wie ist überhaupt? Easy-Go-Ink. Ganz kurz. Dann nehme ich mich noch mal ins Bild mit dem schönen Auto im Hintergrund. Warum Easy-Go-Ink ist mir klar. Ja. Und dann die Ink. Das ist alles Inkel. Ja, 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 ja. Sehr geil. Also Easy-Going, dieser Spruch war für uns so ein Leitspruch. So, schaffen wir das? Geht das? Können wir diese Herausforderung meistern? Easy-Going. Wir schaffen das. Jetzt haben wir das C hinten dran. Jetzt haben wir das C hinten dran. Wir haben eh schon vor zehn Jahren schon das C hinten dran geschrieben. Den Easy-Go-Ink, um das Ganze ein bisschen inkoperativ zu machen. Ja, genau. Und ein bisschen internationaler darzustellen. Ja. Und das ist eigentlich auch immer schon mit dem Bewusstsein betrieben worden, dass wir eine Marke aufbauen. Genau. Wir haben vorher Longboards und Skateboards gebaut. Ja, ja. Die Marke war aber dieselbe. Und auch die Werte, die wir mit dem transportieren. Ich habe es ja auch keine gehabt, aber ich wollte es jetzt noch mal abfragen, weil es eine gute Idee ist. Ich habe auch gedacht, ich mache einen Camper-Toff und zeige das einfach durch. Ja, ja. So schaut es aus am Ende. Ja, genau. Von nichts kommt nichts. Ganz genau. Wir haben ja was Spezielles vor, wo wir uns ein bisschen mehr drum kümmern. Das Fahrzeug kommt gleich. Ich habe gehört, das ist eine Weltpremiere, weil er kommt gerade vom mehrwöchigen Hardcore-Test zurück. Genau. Jetzt in Düsseldorf haben wir unseren MAN ja schon hergezeigt. Damals noch nicht belebt. Und jetzt war ich gerade mit der Familie drei Wochen auf Corsica und kann bestätigen, dass das alles auch in der Praxis perfekt funktioniert. Das Grinsen sagt alles. Ein sehr positives Grinsen und Lächeln. Das ist natürlich etwas, was wir uns beim nächsten Video dann mal anschauen. Wir sehen uns sicher wieder. Seid ihr in Stuttgart? Vielleicht. Vielleicht, ja. Das ist noch nicht so einfach. Mit Ständig findet es überhaupt statt. Wir hoffen natürlich das Beste. Aber da sehen wir uns garantiert dann, wenn es stattfindet und wenn ihr dabei seid, das nächste Mal. Das ist natürlich mit diesen ganzen Auszügen ein traumhaftes System, weil da kannst du deinen Bulli oder deinen VW-Transporter schön umrüsten. Genau. Also Basis ist beim Roamer immer die Transporter-Basis. Und dann haben wir in dem Fall drei verschiedene Grundrisse, die wir darstellen können, um auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen. Jetzt, was man da sieht, relativ klassisch im Overlander Grundriss. Eine Küche drinnen, sodass man bei Wind und Wetter immer eine Basis hat. Für Leute, die es ein bisschen praxistauglicher haben wollen, haben wir dann offenere Grundrisse mit bis zu drei Einzelsitzen in der zweiten Reihe. Mit der Pergola drüber. Ja, genau. Und so gehört sich das. Sehr nachhaltig gemacht, also ihr seid da schon wirklich nachhaltiger aufgestellt? Ja, das ist eigentlich ein großes Detail und uns einfach auch ganz wichtig. Wir haben naturnahe bzw. sehr natürliche Materialien. Wir reden von einem Holm zum Beispiel, das Verkleiden mit 100% Schurwolle. Auch da kann sich der Kunde einfach gestalten. Das heißt, wir haben dann drei verschiedene Farben. Und für uns ist das trotzdem auch wirtschaftlich darstellbar, dass der Kunde aber sagt, ja, ich will es individuell. Wir haben drei Vorschläge von den Grundrissen her, was passt zu dir und was kann ich dir empfehlen. Und dann geht es aber um die Verwirklichung vom Charakter. Und so sind alle Autos immer anders. Das ist halt Stil. Ich gehe da mal grob drüber, weil wir ja gesagt haben, wir brauchen vielleicht nicht mehr ein bisschen Zeit. Aber wie gesagt, das lohnt sich immer auf die Homepage zu schauen. Schöne Schuhe. Schicke Felgen. Ich sage immer schöne Schuhe. Gerade bei Messefahrzeugen wissen wir ja, dass... Mit Hubdach oder ohne Schlafhubdach, wie auch immer, das macht dir dann auch wieder rundengerecht. Genau. Genau, richtig. Dann gehen wir doch mal drauf. Also ungefähr wollen die Leute ja immer wissen, von was für einer Preissituation sprechen wir. Und jetzt fallen mir alle deutschen Zuschauer gerade aus dem Sessel. Ja. Weil man muss in Österreich, ich habe es bei allen Videos dazu gesagt, natürlich berücksichtigen, dass man hier wirklich eine Nova hat. Die lässt sich nicht wegdiskutieren. Die macht alle Autos viel teurer. Genau. Also man redet da, bei dem sind es jetzt ungefähr 10.000 Euro Nova. In dem Fall ist das ein bisschen ein Angebotspreis, weil es quasi unser Vorführer ist. Aber bei so einem Offroad-Romar in Deutschland, sage ich einmal, liegt man wahrscheinlich bei ungefähr 125.000 Euro in der Vollausstattung als Neuwagen. Genau. Richtig. Und wenn man das mit den Marktbegleitern vergleicht, durchaus für diese Qualität... Absolut. Da seid ihr ja genau in der Line. Schick. Ich sage immer schick, das ist mein Modewort des Jahres 2022. In Österreich sagt man fesch. Fesch. Da habe ich mich schon angestellt. Ich bin ja so ein bisschen angehaucht und ich liebe das Ganze. SCA-Dächer? Genau. Das sind einfach für uns die hochqualitativsten Dächer im Nachrüsten am Markt. Und auch das ist eine ganz klare Entscheidung aufgrund der Qualität und der guten Partnerschaft, die man pflegt. Ja, ist richtig. SCA bemüht sich. Ich habe ja auch gute Kontakte dorthin. Ich weiß nicht, wie viele SCA-Dächer ich schon gefilmt habe, aber eigentlich sollte ich da schon einmal eine kleine Medaille kriegen dafür. Ja, Quatsch. Alles gut. Also der Qualität kann man vertrauen. Genauso wie eurer. Das macht wirklich nicht einen Hinterhofcharakter. Ihr macht schon ordentliche Arbeit. Ich habe ja doch auch was gesehen. Der zweite Blick, den ich hinter der Kamera noch habe, ist schon sehr professionell. Also das hat Hand und Fuß. Danke, danke. Das ist jetzt zum Beispiel der Easygoing Tramper. Ein Auto, wo wir nicht vom Transporter, sondern von der Limousine zum Camper kommen. Ähm, vergleichbar. Hoppala. Entschuldigung, jetzt wissen wir mal, die Zuschauer kennen das. Hallo, hallo, Kamera. Hallo, hallo. Der Gimbal verabschiedet. Ja, der dreht sich da einfach um. Das geht ja gar nicht. Jetzt stellt sich wieder hochkant. Das ist einmal der Gag, wo ich dann sage, sollte keiner sein. Ja, herrlich unperfekt. Schon sind wir wieder da. Aber die Leute sehen, das ist authentisch. Das war aber jetzt keine Absicht. Das habe ich aber auch schon absichtlich gemacht. Ah, okay. Naja, du bist ja der Profi in dem Bereich. Nein, nein, das will ich eben nicht sein. Aber es ist so, wie wir halt gerade sind. Das ist das Wichtige. Das ist auch immer ganz, ganz wichtig für mich, dass man, glaube ich, nur mit Authentizität treibt. Nur so geht es noch weiter. Die gekünstelte Welt ist nicht mehr so gefragt. Wie gesagt, Easygoing Tramper auf Limousinenbasis. Ähnlich einem, vergleichbar mit einem Camster oder einem Venster von Pössl. Die Sachen, die man kennt, CrossCamp und Co. Allerdings, ja, ich glaube, wir schauen noch einmal ein bisschen genauer hin. Und was der große Vorteil ist, wenn wir Zusatzbatterien zum Beispiel verbauen, haben wir trotzdem keine Veränderung am Grundriss. Das heißt, es bleibt der Transporter oder der Ven, der auch war. Mit Adaption vom Modul und vom Schlafdach kommen wir aber trotzdem auf vier Schlafplätze. Und wir haben halt dann rund um diese Autos auch sehr, sehr viele Eigenprodukte, die auch für den Camster, wenn es der Fahrer interessant sind. Wie beispielsweise unseren Eco-Floor-Naturboden, den man über den normalen Teppichboden reinbauen kann. Alles klar. Das könnt ihr natürlich jetzt nicht... Ah ja, das merkst du schon, fühlt schon. Also nicht Eco-Floor, liebe Leute, das ist ja ein Wort, das machen wir dann alle im Kopf haben. Eco-Floor, aber das ist eine gute Anlehnung. Richtig. Auf dem Toyota gebaut. Ich gehe noch einmal aufs Beispiel ganz kurz nur hier, damit ihr mal seht, wie sich das ungefähr darstellt. Aber da ist ja ordentlich was verbaut drin. Ja, ja, also die ganzen Komponenten, die wir verbauen, wir reden von Vic John Energy, Lion John, Butterwin, einfach Sachen, die erprobt sind und mit denen wir auch gute Erfahrungen als Ausbauer gemacht haben. Denn es bringt mir nichts, wenn ich günstig bin im Preis und dann schlechte Sachen einbaue, mit denen der Kunde Probleme hat. Denn das macht mich und er einfach auch nicht nachhaltig glücklich. Und das endet im Fiasko. Ist so. Da habe ich auch genug erlebt in der Richtung. Müssen wir da ein bisschen abräumen. Schön. So, und jetzt kommt das Highlight. Das fahren wir natürlich auch noch rein, wenn du es zeigen möchtest. Wann ich es eine bringen? Das ist natürlich... Ja klar, da liegt jetzt noch ein bisschen Reißinfus drauf und so weiter. Das ist logisch, geil gemacht. Schick. Danke. So, und jetzt mache ich aber nochmals ein Bäm. Das erste, was mir auffällt, ist, ich liebe immer ein. Okay, das sagen wir mal dazu. Wer mal gefahren hat, der weiß, das macht schon Spaß. Das Spaß. Das Maschinderl. Ja. Aber das Dach habe ich noch nicht gesehen. Genau. Was ist denn da passiert? Ja, wir haben ja auf einem 6 Meter Fahrzeug aufgebaut und wollten auch den Allrad mit dabei haben. Und jetzt ist es für kleine Leute wie mich eigentlich kein Problem, dass man da drinnen 1,82 Stehhöhe hinbringt. Aber, Tobi, du hättest schon Schwierigkeiten. Wir werden es mal sehen jetzt dann. Und deshalb haben wir ein eigenes Hochdach, Mittelhochdach konstruiert, das uns im Bereich, wo wir wohnen, im Auto, Stehhöhe von 2,2 Meter erlaubt. Beim Bett brauchst du es ja auch nicht. Genau, beim Bett brauchst du es nicht. Und da sind wir auch sehr froh über das Airline-Schienensystem, das wir sich anschauen werden. Aber vorne ist das einfach ein wichtiger Bestandteil gewesen. Und da gehen wir halt auch die extra Meile, um die Lösungen zu finden. Das ist ein 6 Meter, gell? Das ist ein 6 Meter, richtig. Ich war ja schon kurz drin, als ich habe reingeschaut, reingehen mit dir das erste Mal, eben gerade wegen der Höhe und so weiter. Aber der kommt natürlich schon mal geil daher, weil er 4x4 hat. Der hat Vollpackage jetzt mal drunter, oder? Ja, also von Schutzplatten bis Feuerwerk und schöne Schuhe, wisst ihr das so schön gesagt? Ja, ist so. Das ist ein Dauerthema. Also das Fangen-Thema, das lässt uns ja gar nicht mehr los. Ich habe das gefilzt, seit zwei Jahren redet man hauptsächlich über Toiletten und über schöne Fangen auf dem Wohnmobil. Ja, das ist beides ein großes Thema bei dem Fahrzeug. Und die ist genial, die Stufen ist super. Die Alpha Dynamic ist einfach von der Bodenfreiheit die beste Entscheidung. Und wir könnten jede Drittstufe verbauen, aber wir machen das nicht umsonst. Nicht da sparen, weil das ist, was du jeden Tag betrittst. Genau. Mehrfach. Wir haben übrigens kein Model engagiert, sondern wir haben einen Qualitätsprüfer im Fahrzeug. Servus, Salo. Servus. Wir fangen einmal hinten an, oder? Ja, passt. Dann lassen wir sich das Fahrzeug noch genießen. Das ist übrigens auch ein nettes Taschhau mit Magneten. Zack, bumm, drauf und gut ist's. Das ist unser Van-Bag. Die finden im Fahrzeug und rund ums Fahrzeug immer wieder Platz. Ist auch eine Eigenentwicklung, die wir da recht regional auch produzieren lassen. Wir haben da in Tschechien einen Partner, mit dem man auch sprechen kann. Das ist ja gerade bei Textilien voll schwierig. Aber da sind wir auch froh, dass wir nicht ins Fernost gelandet sind, sondern da. Es geht alles zurück wieder. Und da haben wir eben unsere Verschlüsse, die sich quasi selbst ein bisschen finden. Und lasst sie aber auch auf jede Erlanschiene oder jedes Verkleidungsteil montieren. Ja, genau. Ist auch wieder ein System, das wir Leuten... Da kommt man schon wieder ein eigenes Video drüber. Ja, absolut. Wir machen das. Nach und nach werden wir uns alles verfilmen. Aber es stimmt schon. Jetzt bleiben wir mal beim Auto mit Verzetteln. Ich mache ja gerne einen Verzetteln. Also, MAN TGE 4x4 Roma XL. Was heißt Roma? Das hast du mich eingangs gefragt. Entschuldigung, ja. To Rome heißt auf Englisch... ...herumwandern und erkunden. Und das ist genau das, was wir mit diesem Konzept oder diesen Konzepten im normalen, um dem XL-Format machen wollen. Ich bin ein echter Roma. Ich lebe seit sieben Jahren im Wohnmobil. Ja. Bin ja nur unterwegs jeden Tag woanders, kannst du sagen, außer mir eine Messe länger. Ja. Aber ich bin ein Roma. Ja, genau. Vielleicht sollte ich mich auch irgendwie umbenennen. Das siehst du mir. Roma-Tobi. Ich bin ein Digital Nomad. Ja, ja, genau. Aber es ist so. Wow. Da sieht man jetzt die Dachabstufung schon mal nach vorne in der Flucht. Genau, richtig. Wie viele Zentimeter sind das, die ihr da rausschindet? Ungefähr... 20. Ja. Weil 1,82 versus 2,2 Meter. Ein bisschen rechnen geht heute noch. Das sind 20 Zentimeter. Gott sei Dank rechnest du und nicht ich. Das passt schon. Habt ihr jetzt hinter dem Nadelfilz nochmal eine andere Isolierung oder macht ihr das wirklich mit einem Metamaflex noch dazu? Ja, genau. Ist ja bewährt. Ja, genau. Da setzt man auch auf bewährte Sachen, wo wir wenig Experimente eingehen wollen. Gerade, wenn es so Richtung Serienfertigung, also Kleinserie geht. Man muss da jetzt schauen. Wir haben eine Schlafbreite, trotz eben insgesamt 40 Millimetern, also 19 Millimeter links und rechts Isolierung von zwei Metern in der Breite. Und insgesamt dann nachher noch über 4 Quadratmeter Bett. Ja, wow. Ja, klar, da kann man noch. Ich sehe schon, wir werden das drinnen noch mehr erkennen. Ich könnte aber jetzt, wenn ich keine Ahnung, einen 680er habe, den langen, baut sich mit den auf Einzelbetten oder was weiß ich was. Ja, genau. Also, ich sage jetzt nicht pauschal ja. Ja, man muss immer schauen. Aber für uns ist ganz wichtig, das ist jetzt der erste Grundriss und wir denken, dass wir zwei bis vier Grundrisse in Summe brauchen werden, um das abzudecken, was man dann gerne hätte. Das kommt alles. Auf ein höhenverstellbares Bett ist zum Beispiel ein Feature, was man braucht, weil man Räder oder ein Motorrad mitnehmen will. Ja, Hecksitzgruppe wird immer wieder gefragt, kommt jetzt auch teilweise wieder, wo die Leute sagen, diese Multifunktionsgeschichte. Ja, genau. Wer weiß, was es sich ergibt. Man muss auch was denn mit dem Umbauen etc. Da hat jeder so seine Vorliegen und Geschmäcker. Genau, ganz klar. Das Rad liegt da. Es geht nur darum, dass man einfach nochmal darauf hinweist, dass ihr möglichst versucht, die Kundenwünsche alle zu erfüllen. Genau. Wenn es Sinn macht. Genau, wenn es Sinn macht. Also Heckgarage, viele Zuerpunkte wieder, viele Airline-Schienen, alles farblich abgestimmt. Auf das schauen wir halt auch, bis das Design passt. Ja, ich finde das schön mit dem Holz. Wir haben da unser Zirbenholzkonstruktionsmaterial recht leicht ausgeführt, aber trotzdem funktional. Die konstruktive Komponente ist das Alu, Aluminium und das Zirbenholz wird aber auch roh gelassen, nur geschliffen, weil das gemeinsam mit der Schurwolle für das Klima im Fahrzeug sorgt und so ein Feuchtigkeitsaustausch gibt. Feuchtigkeit hast du schon, aber du kannst die regulieren. Genau. Da auch wieder Van Bag mit den Wassersachen zum Beispiel für die Außendusche. Wir haben eben auch 90 Liter Frischwasser und Abwasser dabei. Das ist jetzt ein wenig nass, weil die Kollegen frischelt haben. Aber wir haben da die Möglichkeit auf die Außendusche mit Warmwasser. Ja, weil klar, die hat jetzt keine Nasszelle, aber würdet ihr auf Wunsch auch eine Nasszelle mit einbauen? Seid ihr da so oder seid ihr jetzt da generell, weil da werde ich halt oft gefragt. In dem Fall, wenn das Auto größer wäre, ganz leicht darstellbar. In dem Fall wollen wir bei einem Grundriss aber die Wertigkeit woanders legen. Jetzt wird es schon die Möglichkeit geben, dass man mit ein paar Handgriffen innen eine Dusche aufbaut. Das möchten wir noch umsetzen. Aber man wird es dann sehen, das Raumgefühl ist einfach nur da, weil wir keine Nasszelle haben. Ich kenne das Thema, man muss es unbedingt ansprechen, weil ich habe ja doch einen Volumenhersteller-lastigen Kanal. Und da hat, da sieht man das immer mit einem Bart. Und bevor jetzt jemand sofort sagt, interessiert mich nicht das Auto in die Nasszelle, gehe ich lieber kurz auf das Thema ein. Alternativen gibt es genug. Ja, genau. Also das Waschbecken ist zum Beispiel auch groß genug, um seine Haare waschen zu können. Ja, genau. Und so ist das Auto. Das Auto ist, sage ich mal, schon, die Käuferschicht sind schon Menschen, die gern draußen sind. Aber die halt auch dieses Gestalterische und die Materialienliebe. Klar. Und was ich jetzt mache, wo wir gerade dastehen, ich gehe nicht mal von der Seite her Richtung Dach. Darum bin ich so groß geworden. Danke, Mama und Papa. Dann kann ich nämlich aus dem Stand auf über 2,60 Meter, schätze ich, jetzt einmal hochflangen. Genau. 2,80 Meter hat das Fahrzeug in der Höhe. Ja, genau. Hinten sind die Seitenflanken weitergezogen. Zum einen wieder, dass man die Markise befestigen kann. Super geil gelöst. Zum anderen aber auch, dass wir optisch da ein bisschen integrativer unterwegs sind. Mit dem Max-Fan zum Beispiel, der da drüben verschwindet. Ja, ja, ja. Max-Fan ist sensationell. Und später noch die Solarpaneele, die wir da schön integrieren. Wollte ich gerade noch fragen, man sieht, kann man schön in der Mitte noch platzieren. Macht es dir was aus, wenn wir den einmal zuschmeißen? Nein, kein Problem. Weil, der hat, glaube ich, auch eine nette Ansicht von hinten. Ja. Er macht was hier. Er macht was hier. Wenn ja live. Und ich finde es auch nicht übertrieben. Manche finde ich da nicht mehr schon zu übertraglich. So alles nur noch. Ist halt Geschmackssache. Aber der ist schön, die 10 mit den kleinen Scheiben hinten drin. Ein Leiter gehört da drauf. Ein schöner Ersatzreifen gehört da drauf. Das ist schick. Ja, und auch funktional. Natürlich. Also jetzt den Trip Corsica, wo man ja auch ein wenig geschaut hat, was geht mit dem Auto im Gelände, wollte ich nicht ohne Reserve reifen. Ja, nein, besser ist es. Besser ist es, ganz klar. Also mit dem kann man schon was anstellen. Ich kann euch versprechen, ich war mal in einem Offroad-Testgelände mit dem Allrad. Das macht dann schon Laune, gell? Ja. Die Wandelautomatik, die jetzt da verbaut ist, ist auch wirklich sehr, sehr angenehm und hat echt Kraft. Was man da jetzt noch sieht, Tobi, sind zum Beispiel unsere Seitenschläfer-Flares, die wir auch im Großhandel zum Beispiel anbieten. Alles gut, ihr seid nicht drauf, bleibt noch ganz in Ruhe. Ich habe so einen guten Winkel erwischt. Der ist relativ wuchtig, aber wie gesagt, zwei Meter, wenn du die wirklich haben willst und da würden wir nicht, brauchen wir das. Das ist auch alles bei uns designt und in der Region produziert. Okay. Ja, da muss ich dann doch nochmal hintergehen und die Flucht von der anderen Seite nochmal anschauen. So, ja, der ist ordentlich, aber ich finde, das schaut auch cool aus. Ja, und es ist eben funktional. Ja. Und das zum Beispiel gemeinsam mit dem Hochdach beschreibt ein bisschen, in welche Fertigungstiefe wir eigentlich gehen. Also, wir machen da schon Sachen mit dem, dass man drei Holme rausschneidet und dann selbst ein Aluminiumhochdach konstruiert, was handwerklich schon sehr fordernd ist. Die Leute meinen ja nicht immer, wenn man sowas sieht, ah ja, kein Problem, ein wenig Dekalinen, pick ich das nicht hin. Das ist halt alles nicht so einfach. Ja, richtig. Genau. Sauber, sauber. Jetzt bin ich gespannt, wenn wir reingehen. Oder willst du uns da hinten noch was besonders zeigen? Wir sind jetzt nur zur Info für dich bei 22 Minuten, aber ich glaube, wenn es interessiert, die Leute bestätigen, dass die bleiben dabei. Ich glaube auch. Und schauen sich das gerne an. Ich meine, es zahlt sich auf alle Fälle aus. Ja. Und so einen Einblick haben wir jetzt dort eigentlich in das Auto auch noch nicht gegeben. Ja, eben. Also, das ist eine absolute Weltpremiere, die wir da heute haben. Hey, primäre Button. Jawohl, super. Energie ist auf der linken Seite im Konzept. In dem Fall eben 200 Amperestunden auf 24 Volt Basis. Das heißt, 400 Amperestunden Lithium auf 12 Volt gerechnet, damit wir einfach auch ein schlüssiges Konzept haben. Wir werden sehen, Induktion kochen, kein Gas, doch einige Stromverbraucher. Und trotzdem sind wir ohne Solaranlage für drei Tage autark. Also das Ding geht auf. Das ist ordentlich. Dieselheizung. Nicht, dass wir es vergessen. Ja, richtig. Standard, drumherum, leider bei mir ist es immer Standard drumherum. Wir haben für Österreich den Autotherm-Import und auch das ganze Management dahinter. Wenn es Schwierigkeiten gibt, sind da der Großhändler und auch Servicestation und verbauen halt eigentlich nur die Autotherm-Häuser. Ganz witzig, fällt mir gerade ein, muss ich dir einen schönen Gruß ausrichten. Ich will jetzt den Namen nicht sagen. Ich habe mich hier extra mit Herrschaften aus dem Burgenland getroffen. Die waren bei euch. Die haben einen Carado gekauft und haben bei euch die Autothermler zusätzlich einbauen lassen. Das ist auch gar nicht so lange her. Und die habe ich hier getroffen. Die haben recht geschwärmt von euch. Schönen Gruß ins Burgenland. Die schauen immer jedes Video. Dankeschön. Schönes Glück. Das ist wirklich jetzt keine Geschichte, sondern das war so. Super. Warum ist der Boden jetzt wirklich höher? Ist das dann ein thermischer Boden, ein Doppelboden oder ist es ein technischer Boden, um gerade zu werden? Nein, das ist aufgrund des Allrads. Das seht ihr auch seitlich bei der Trittstufe. Da ist der MAN um 10 cm in etwa höher und kostet und so einen Innenraum. Deswegen eben auch diese Entscheidung mit dem Dach. Und da unser Bodenaufbau hat eigentlich nur 4 cm, ist aber gedämmt und isoliert. Es gibt jetzt keine Bodenheizung oder sowas in die Richtung. Da scheichen wir ganz ehrlich das nur ein wenig, dass man da keine langfristige Erfahrung mit den Produkten hat. Aber grundsätzlich in dem Fall halt mit Airline-Schienen funktional aufgebaut, sodass du deine Garage so gestalten kannst, wie du das brauchst. Ich habe es eh gewusst, aber ich wollte es nochmal erklärt haben, weil es macht immer Sinn. Weil am Schluss hat einer nicht drüber, die YouTuber oder die Gucker, die zappen immer gerne über gewisse Stellen und wundern sich nachher, dass man es nicht erzählt hat. Also schaut bitte alles an, Freunde der Nacht oder Freunde des Campings. Wie immer, Schwerlastauszüge bei uns mit 200 Kilogramm belastbar, passen in jede Womo-Garage. Auch da vielleicht, wer ein Stück easygoing bei sich im Womo-Mobil haben möchte, das Sinn macht. Wir haben den passenden Auszug. Das kriegt ja auch alles ohne das Auto rum. Also melden. Ganz genau. Schaut auf die Homepage, da ist alles drauf. Wir haben halt auch alles für den Selbstausbauer. Wir haben einfach auch schon ein recht komplexes Unternehmen beieinander, vom Angebot her. Aber wir können eigentlich immer schöne Lösungen bieten. Das ist jetzt auch der Preiseinstieg für das Fahrzeug, wo es in Österreich bei knapp 100.000 Euro liegt. In dem Fall ist das ein Frontrad mit Schaltung, mit Handschalter. Und da oben haben wir eben den TGE mit 4x4 und allem. Darum habe ich auch unten angefangen, weil macht ja Sinn. Sonst schränkt es einen auch oft. Wie gesagt, die Erklärung vorhin haben wir gemacht, das ist so. Aber wenn ihr, habt ihr Vertriebspartner in Deutschland? Weil ihr habt Schweiz und Österreich jetzt erst einmal den großen Staat hingelegt. Ja. Und jetzt fragt mich wahrscheinlich jeder, gehe ich nicht in Deutschland da? Ja, also Deutschland machen wir viel Kommunikation jetzt gerade über uns. Aber wir suchen ständig eigentlich nach dem richtigen Partner, mit dem wir auch geschäftlich in die richtige gemeinsame Richtung gehen können. Und Leute, die sich kümmern vor allem, nicht einfach wieder ein Produkt auf dem Hof stellen und dann nicht identifizieren. Ja, genau. Also nicht ein klassischer Händler, sondern wir wollen das Vanlife-Kompetenzzentrum auch nach Deutschland. Und da spezieller ein bisschen, glaube ich, wäre das Ruhrgebiet eine gute Basis für uns, dorthin bringen. Weil wir haben Kunden aus Hamburg, die zu uns kommen wegen einem Schlaftach. Und ich möchte eigentlich, dass man greifbarer wird. Da fällt mir vielleicht was ein, aber da reden wir nach dem Video. So, jetzt aber. Jetzt sehe ich schon mal drei Sitze, aber mit den Schienen ganz klar, da kannst du ja hinten mit vier bestohlen, mit fünf Notfalls, oder? In dem Fall mit vier. Sonst haben wir natürlich auch immer in Österreich ein bisschen krasser ausgeträgt, dieses Gewichtsthema. Dreieinhalb Tonner mit so einer Ausstattung ganz schwierig einzuhalten. Ja, auch kein Sinn eigentlich. Aber man weiß das. Auch in Deutschland nicht, sage ich gleich dazu. Ja. Weil alleine fahren mit zehn Prozent im Dieseltank ohne Wasser, ohne Frau, ist auch halbes Camping. Nein, nicht einmal. Genau. So, fangen wir mal da unten an, gell? Ja, wo fangen wir an? Jetzt habe ich die abgeschnitten. Wir haben hier drinnen Bodenaufbau, Bodenlayout geht weiter. Wir haben Schnierle-Sitzsystem mit zwei Einzelsitzen in dem Fall. Aber die Einzelsitze selbst sind auch auf Drehkonsolen. Schauen wir mal, ob ich das zum Beispiel zeigen kann. Ja. Sieht man nicht so oft. Nein, stimmt. Aber man kann dann einfach dieses Layout auch gestalten, ohne dass man die vorderen Sitze wirklich mit einbeziehen muss. Aber wieder super flexibel, klar. Genau. Und das ist, gerade wenn du so Kinder hast, wie wir mit zweimal Kindersitz, eine super Sache, weil ich muss mir nicht das Bett anräumen, sondern ich lege die Sachen auf den Beifahrersitz. Das Layout wäre ja auch möglich in einem Kastenwagen mit Trennwand, wenn jetzt wer sagt, ich brauche hinten gar keine Sitzplätze zugelassen. Ja, ja. Ja, du gewinnst dir hier natürlich bei dem Konzept Platz ohne Ende, gell? Genau, und das ist, glaube ich, auch das ganz Besondere daran, dass man sich hier wohlfühlt, dass das offen ist, dass man da jetzt trotzdem, wir wissen ja, wie eng das das manchmal sein kann. Falte mich mal aus. Ja, genau. Soll ich dir mal filmen? Das ist, ich wollte es gerade sagen. Du weißt ja, das muss man losnehmen, das kann sogar ich. Versteht. Aber dass die Leute wirklich glauben, ich bin voll ausgefahren. Genau. Und da ist noch Luft. 1,96 Euro, oder? Ja, siehst du? Ja. Ja. Keine Probleme. Ja. Wobei ich mir den Kopf schon oft angekaut habe, deswegen auch der YouTube-Kanal. Hörst du dir? Also der Beweis ist geliefert, das macht wirklich was aus. Ich geh jetzt nochmal oben rein mit der Kamera. Echtglasfenster oben drin. Genau, richtig. Das hat was. Das geht aber jetzt nicht nur so auf, das könnt ihr auch noch anders öffnen oder ist das immer nur ein Hubfenster? Das ist in dem Fall ein Hubfenster, aber ich sage mal, auch bei so Fenstern sind Geschmäcker verschieden. Und dadurch, dass das Dach ja immer eine Spezialanfertigung ist, können wir den Ausschnitt eigentlich nach Kundenwunsch wählen. Kannst du es wieder flexibel machen, bis du möchtest. Wenn ich da jetzt eher was aus dem Bootsbau zum Beispiel verdauen möchte, ist das zwar von der Zulassung her ein Thema, aber mal möglich. Ja, klar. Schönes Ambiente. Und obwohl jetzt alles auf ist und hier rund um Leute stehen, ist es jetzt schon sehr ruhig im Fahrzeug. Angenehm. Ja, die Akustik. Wenn du so ein audiovisueller Mensch bist, dann merkst du das sofort. Ja, absolut. Das sage ich gern, passt es mal wirklich auf. Weil das ist schön, wenn du irgendwo stehst, ab und zu hast du einen Nachbarn und hörst nicht jeden Schnarchen. Und das hat halt auch mit dieser Wolle zu tun und mit den Holzflächen. Es muss einfach der Flair auch passen. Und wegen dem soll es aber nicht weniger funktional sein. Das heißt, wenn wir bei der Wolle nämlich schauen, die reguliert uns das Klima, haben wir eh schon gesagt, und ist auch ein Bestandteil der Individualisierungsmaßnahmen von dem Auto. Das heißt, unser Kunde wählt sich die Farbpalette, in der wir arbeiten, selbst aus. Von acht verschiedenen Bodenfarben bis zur Matratze und verschiedenen Wollen und Schienenflächenfarben. Mehr Farbig. Genau, mehr Farbig. In Deutschland sagt man ja mehr Farbig. In Österreich sagt man ja immer noch mehr Farbig, oder? Ja, mehr Farbig. Ja, mehr Farbig. Ich muss ein bisschen einen österreichischen Spaß machen, das ist schön hier. Ich liebe es. Genau, Oberschränke fixiert am Airline-Schienensystem. Das ist eigentlich so die Basis für diese Layouts. Da darf natürlich auch wieder hoher Einsatzschutz, wenn irgendwas passiert. Ist so. Weil ich habe jetzt erst wieder ein Fahrzeug, einen Totalschaden, also ein Frontalunfall von einem Standard-Kastenwagenhersteller, müssen wir nicht sagen. Okay. Volleinschlag. Mhm. Hinten im LKW rein. Dann habe ich ein Foto gesehen, was hinten mit den Möbeln passiert ist. Ja. Will keiner wissen. Okay. Alles. Es war grundsätzlich alles weggefetzt. Und angeblich war die Aufbaugeschwindigkeit bei 90 Stundenkilometer. Es hat auch Verletzte gegeben, aber ich habe die Fotos gesehen und das beachtet ja keiner. Ja. Über das hoffen redet man eigentlich nicht mehr. Man redet nicht drüber, aber alles, was halt fix, fest montiert ist, ist es wichtig. Und ich glaube, da sind die Hersteller auch alle in einer gewissen großen Verantwortung, da nochmal zu schauen. Da hat es alles nach vorne gedruckt. Okay. Alles. Nichts mehr an seiner Stelle. Ja, das... Du wirst von den eigenen Möbeln erschlagen, wenn du die vorne nicht gesichert hast. Ja. Nein, da kann man sich auf diese Basis auf alle Fälle gut verlassen. Also das funktioniert. Ein wichtiges Thema. Ich hoffe, ich habe dich da jetzt nicht gestört. Nein, nein. Aber der Pistentaukigkeit, das ist ja auch ein Thema. Also wenn du jetzt mit so einem Auto wirklich ein bisschen ins Gelände fährst und nicht nur so durst, das muss halt passen. Das heißt, das Scheppern ist nur eine Kleinigkeit. Aber wenn dir das um die Ohren fliegt... Scheppern ist immer, je nachdem, wie du das eirahmst, meiner Meinung nach sollte eine Hülle, wenn man ein leeres Fahrzeug, das sollte nicht scheppern. Und dann, ja, das muss auch so sein. Ich bin bei dir. Ich steige noch einmal einen Meter zurück, damit ich die Kamera besser führen kann. Den Tisch kannst du schön schwenken. Genau, da können wir das einmal... Vor allem wollen wir mal rausgehen damit und so weiter. Genau, also da haben wir... Schöne Grüße an Fan4Van. Ja, du hast einmal so einen schönen Tisch. Kennst du den Markus Wolf von Fan4Van? Wenn nicht, Pflichtprogramm. Gleich schauen wir da drauf nach. Okay, dann schauen wir mal. Unser Justin Bieber, der Camping-Youtuber. Okay, ja, da gibt es gleich einmal dann ein Abonnement von Insilo. Nein, unbedingt. Das würde ich mir auch immer werben, weil der hat Kraft da, aber ein schönes Fahrzeug sich herkriegt. Okay. Musst du mal schauen. Ja, da bin ich schon gespannt. Gut, wo fangen wir denn an? Unsere Sitzgruppe, ich glaube, das haben die Leute schon ein bisschen gespielen können. Das ist eine gemütliche Sache. Was haben wir denn so für Komfortgeschichten herinnen? Wir haben natürlich eine Küche mit einem 110 Liter Dometic-Kühlschrank. Kompressor, genau. Genau, Kompressor mit Eisfach. Auch ganz toll, wenn die Kinder einmal ein Eis im Urlaub kriegen und man kann sich eins mitnehmen, obwohl man unterwegs ist. Eine große Spiele. Oh, der Hahn ist interessant. Den klappst du wenigstens wirklich ganz weg. Genau. Solide Haushaltsqualität. Das heißt, kein Camping-Hahn. Es ist tatsächlich extra fürs Camping eigentlich gebaut. Das hat der Kollege von Queensize Camper gebaut. Aber eben ist solide. Ein toller Ingenieur. Wer das noch nicht kennt, sollte sich das unbedingt anschauen. Und die Spüle ist unserer Meinung nach auch die beste, die jetzt gerade am Markt für solche Sachen verfügbar ist. Mit einem Start-Stopp-Perlator, Warmwasser-Armatur. Und bei der neuen wird es dann auch noch die Möglichkeit geben, sofern man das sagen kann, dass man relativ nahe noch eine Duscharmatur anstecken kann. Start-Stopp-Perlator, da muss ich nochmal einhaken. Das ist das Geilste, das finde ich, gehört ja in jedes Fahrzeug rein, weil da beginnt das Wassersparen. Genau. Weil was du immer vorlaufen hast, offen hast, einen Teller spülst, genau. Einfach nur kurz. Ist einfach ein super Super. Ich glaube, 50 Prozent, sage ich einmal, verschwende ich ja selber, weißt du, weil beim Abspülen merkst du es halt dann. Ja, ja. Also super interessante Lösung. Dann haben wir unsere Camping-Toilette. In dem Fall eine Trockentrenntoilette, Kompost-Toilette von der Firma Ogo. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Ja. Super Produkt. Ich habe es selbst ausprobiert, jetzt extra nochmal geputzt für die Messe. Nachdem du so bereitwillig aufmachst, hast du mir gedacht, halt, die Kamera, ja. Genau. Das ist super. Funktioniert super. Geruch passt, servicieren passt auch und top soft. Aber kann jeder auch wieder, wie er will. Genau, genau. Aber Beutel, Schweiß, Toilette, da gibt es ja so viel Alternativen. Der Platz ist einmal da und das wird auch noch ein bisschen umgestaltet, dass es nicht so präsent ist. Ja. Aber grundsätzlich, es läuft, es funktioniert. Sehr gut. Genau, neben der Küche und dem Bad sozusagen, wo wir wieder ein Weinbag vorfinden, das einfach auch wieder zum mit nach rausnehmen ist. Wir haben da wieder diese Nupsis. Ja, spart halt die Backlerei, das nimmst du mit, wenn du daheim bist. Auf dem Campingplatz zum Beispiel auch Duschen. Genau, genau. Schöne Augen, ja. Genau. Hauptding, Bett und Stauraum. Wenn man jetzt sagt, wo ist da der ganze Stauraum? Ich habe da eben Platz für Kleidung mit den Weinbags zum Beispiel. Da wird es noch so sein, dass ein komplettes Kastl reinkommt. Kompletter Oberschrank mit quasi dreimal so großer Kapazität. Und die ganze Couch ist voll mit Stauraum. Da haben wir unseren Mistkübel. Wichtig. Das Wichtigste in einem Wohnmobil ist ein Mistkübel. Ja, tagtäglich. Für die deutsche Übersetzung Abfalleimer. Ja. Abfalleimer. Und da eben noch mal Vorräte in Euroboxen wieder. Ja, super, genau. Also voll nutzbar da unten. Da bringst du etliche Liter Volumen raus. Ja. Und jetzt kommt natürlich der ausziehbare Latteinrost. Und damit hast du ein riesen Bett. Ja, genau. Und jetzt wird es zum Lenksschläfer, oder? Wäre möglich. Nein, nein, also geht mit zwei Meter sieben ist der Lenksschläfer überhaupt kein Problem. Im sechs Meter Auto? Ja. Bingo. Über vier Quadratmeter. Das macht jetzt, das ist jetzt nochmal so ein fetter Pluspunkt. Weil in sechs Meter Autos kriegst du das so gut wie nicht. Ja, eben und da ist es halt jetzt so, Auto, so wie es jetzt ist, ist für die kleine Familie mit zwei Kindern, wo wir in einem Familienbett auskommen. Ja. Das passt für uns, das ist größer als daheim. Aber wenn ich jetzt nur zu zweit unterwegs bin und ich sage, die Flares seitlich, die Querschläfer brauche ich nicht, weil das Bett passt für mich. Da eine Arbeit noch dringend, da andere macht halt Flitzen. Kein Problem. Einer kann immer schon im Bett liegen, da sitzt nur einer da, da sitzt sie zusammen, es ist einfach ein gemütlicher Sohn. So muss das sein. Sehr schön gelöst. Liegt auch richtig auf, wie man sieht, auf der Küche, also da wackelt nichts. Da liegt es auf, da hängen wir auf dem Airline-Schienensystem und das ist auch schön stabil. Ja, dass du einen guten Aufstiegs kannst. Genau. Wenn ich jetzt zu zweit bin, dann gibt es noch ein bisschen eine andere Möglichkeit des Aufstiegs. Liebe Zuschauer, falls ihr das hört rundum, es kann sein, dass da was ankommt. Die Kinder haben Spaß, es wird schon teilweise jetzt abgebaut, es geht Richtung Messeende. Wundert euch nicht, das ist auch authentisch. Genau. Messeende ist ein gutes Stichwort, Tobi. Denn nächstes Jahr ist ja die Caravan in Österreich auch wieder. Und da nicht darauf vergessen, deine Zuschauer daran zu erinnern. Save the date. Jetzt hast du mich blank erwischt, weil ich weiß es noch nicht. Hä? Versteht? Ich glaube... Ich weiß das Datum. Weißt du es im Kopf? 23? Ich habe es tausendmal gelesen. Ja, ich mache so ungefähr wieder um den 20. Oktober 23. Ich suche es nochmal am Plänz über ein und dann gibt es eher eine Auf-der-Messe-Livesendung und dann, wie war es in Österreich, dann sage ich euch das nochmal explizit. Aber danke für das Stichwort. Herrlich. Jetzt war ich schlecht vorbereitet. Aber der Vorteil ist, ich bereite mich nie vor, ich mache einfach das, was ich gerne mache, mit Leitratschen. Ja, und da entstehen aber auch coole Sachen in der Zusammenarbeit. Man soll ja dann abführen ein bisschen und die Leute sollen spaß haben und mir sind Leute wichtig, wie du es vorhin gesagt hast, die authentisch sind und die dann auch so sind, wenn man sie trifft. Ja, genau. Das geht es ja. Ja. Und eben, wenn man bei uns am YouTube-Kanal das ein wenig schaut und sich vielleicht noch die ein oder anderen Videos, zum Beispiel jetzt auch von dir, anschaut, dann lernt man uns schon ganz gut kennen. So ist es. Das ist immer eine ganz gute und wichtige Basis für solche Projekte, denn es geht ja doch um eine Hausnummer an Geld, das man investiert und da muss man sich einfach wohlfühlen. Das ist ein Treue, mit dem man sich erfüllt, das muss wertgeschätzt werden. Genau. Das ist nichts von der Stange, was wir da bieten, definitiv nicht. Und ja, wir freuen sich über jeden, der da Interesse hat. Kommentiert ruhig unten, schreibt es einmal, abonniert den Kanal natürlich auch von euch, von Easy Go Inc. Die Geschichte haben wir gelernt jetzt mittlerweile. Bestech, wie es natürlich auch sowohl der Firmenamen als auch Van Your Life. Gut, dass der Spiker da ist, sonst vergiss es. Nein, nein. Das blende ich natürlich alles ein. Die Homepage ist unten drin. Bei Fragen, du hast ein größeres Team, dich oder die Kollegen fragen. Genau. Und dann ist es gut. Jawohl. Wir können jetzt einen Spielfilm draus machen. Ich war jetzt eh wieder so redselig, aber die Leute sagen dann, ey Tobi, schauen wir auf die Uhr, 40 Minuten jetzt. Hau ab, sonst gibst du mein Visum weg für Österreich. Nein, aber dann sage ich auch, danke fürs Zuschauen und mir zuhorchen. Sehr gut. Und liebe Grüße an deine Community. Super, dass ihr den Tobi auch immer so unterstützt. Ja, das ist wahr. Und dass sie mir ein bisschen Liebe da. Danke. Dankeschön. Das hat so noch keiner gesagt vor der Kamera, jetzt werde ich richtig glücklich. Dankeschön. Passt. In Gegenseitigkeit, safe the date, nächstes Jahr wieder in Wels oder feiern wir irgendwo. Genau. Servus, ciao, baba aus Wels. Na gut, die Hallendecke ist nicht so schön wie das Auto, deswegen hören wir an der Stelle jetzt auf. Tschüss, servus, baba.